Musik Hey und willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Hey, heute geht es weiter mit unseren Stars hier in Delsal Valley. Ich bin Daniel von SimFancy. Das ist das Modern Urban House, das ich schon mal gebaut habe. Und wir gucken mal rein hier, Lena. Was machst du denn? Ich will mal wieder knutschen, ja? Ja, dein Nico, der ist gar nicht da. Der ist in der Golden Mansion, sehe ich gerade hier noch. Müssen wir mal sagen, hier hin prägen. Ja, komm mal hier hin. Wo ist er denn hier? Don't touch it. Hier, fähnfrei. Wegen Marotte nicht anfassen. Ja, Jungschen, das wird heute anders, würde ich mal sagen. Der ist auch voll grün hier. Denn wir haben, wo ist denn das hier wieder da? Ruhn-Punkte. Wir werden die Marotte nicht anfassen, aber wir haben, glaube ich, auch Geburtstag. Wie gesagt, ich spickel immer vorher so ein bisschen in den, am Morgen. Na gut, okay. In den Kalender rein und guck mal, was wir da machen. Dann machen wir heute, glaube ich, die Pre-Birthday-Party, würde ich mal sagen. Dann machen wir heute, dass, dass, ähm, die, äh, 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 Meet & Creed hier ist es doch. Hier haben wir schon Gold. Ja, der Promi ist natürlich hier unser Nico. Die Fans. Wir machen mal die Familie wieder. Oh, die Zoe-Klamour. Rosie, was hast du denn schon wieder an hier? Mann, eh. Glue und Ruby und Lea und Luna und Stella und Sina und alle. Oh, toll. Man kann die Geister auch einladen. Jackie und Patrick, mal gucken, Noelle und Julia natürlich. Aber die beiden sind ja beschäftigt, wie es aussieht. Ah, ja, ja. Aber die Mama möchten wir auf jeden Fall. Dann tun wir mal die Geister wieder raus. Aber die Mama Red, die lassen wir mal drin. Und die Svea, äh, die Mama Red. Die, ähm, die Mama Svea lassen wir drin. So rum. So rum. Äh, ja. Ja, dann haben wir die beiden raus. Dann können wir die beiden reinholen. Sehr gut. Euer Westen, Daniel Wagner hier wieder. Den kennen wir ja gar nicht. So, 15 Fans haben wir dabei. Der Mixer macht dann doch der Jaggi. Dann haben wir den als Mixer mit drin. Dann können wir nochmal gucken. Kommt da noch jemand? Ach komm, dann nehmen wir doch die Sina. Komm, wir nehmen die Sina. Sina war schon lang nicht mehr im Let's Play. Wir gehen... Wo gehen wir denn hin, Mensch? Vampirruine. Die Partyjacht. Ah, ich glaube, die ist momentan... Ah, die ist momentan, glaube ich... Die ist, glaube ich, als hier Silvester-Ding. Aber das geht eigentlich. Wir haben auch 20 Uhr nachts. Ist das eh geil. Hier, wieso geht das nicht? So eine Startzeit gewählt werden. Ah ja, okay. Ähm, ja. Jetzt, oder? Sofort. Hier, natürlich. Ladebalken-Challenge. Ja, wieder. Ja. So ist das wohl. Ach, schön. Meet & Creed. In der Partyjacht. Ja, wir müssen ein bisschen leveln. Denn der Nico ist auch kurz davor, Level 4 des Promi-Levels dazu bekommen. Für mich ist das eine ziemliche Leistung. Ähm, so selten, wie wir auch hier spielen. Am Anfang ein bisschen mehr. Äh, aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Hier, was Tierklinik hier? Das ist der Tierklinik. Ah, hallo. Bist du mal wieder da, ne? Lange ist es her. Silvester letztes Mal. Oh, hier ist immer noch hier die Beleuchtung vom, vom Love Day hier. Uh, das ist aber schön hier mit der, mit der Yacht hier. Da passt das richtig gut hier auch. Ja, sehr geil. So muss das doch sein hier. Rosie, bist du schon wieder hier hochgefladert? Hier, Violet auch. Hier, gleich wieder Fernseh gucken. Den haben wir eigentlich nur hingestellt, um das hier. Ähm, ja. So, Meet & Creed. Hier hin talken. Hier, komm mal hier hin. Lena darf natürlich auch kommen. Hier, Garten pflegen. Wir haben nicht mal einen Garten, oder? Ja, doch, oben auf dem Baum. Äh, auf dem Baum, auf dem Dach. Auf dem Baum. Die Bäume auf dem Dach. Mann. So, Kontakte mit Fans knüpfen, Selfies machen, Geschichten erzählen und trinken. Hallo, wir bestellen mal auf Nikos Rechnung, ja? Ja, ich bin ja hier der Barkeeper. Boah, was habt ihr denn alle so kalte Klamotten an hier? Also, den Windenburg ist immer ein bisschen kalt. Da, die Mama Svea. Bewunderung ausdrücken. Dankeschön fürs Kommen, Mama. So, fürs Kommen danken. Ja, Lea auch natürlich hier für das Kommen danken. Oh, die ist jetzt aber drauf hier. Jade Rosa von den Party People. Oh, und Judith Ward ist auch da unser Weltstar. Oh, Hirena, was machst denn du hier wieder? Kannst du mal Singen üben, dann kriegst du wenigstens auch ein bisschen Ruhm. Rebiduba, Rebiduba. Kriegst ein Autogramm. Sky ist auch da, sehr schön. Fürs Kommen danken natürlich auch mit der Sky. Die Geschichten erzählen müssen wir auch mal machen. Und die Kosfasenschlange ist schon wieder voll. Seit wann gehen die eigentlich nicht mehr länger? Das war doch früher, weil das man nur noch mehr machen konnte irgendwie. Oder, guck mal hier. Ja, wir sind hier echt, hier Knabbi, kurz davor, glaube ich. Wow. Hier geht's ab. So. Wie schreiten da immer so? Queechi-Aliens hier. Zu Ruby. Super. Jeder singt hier. Ah, das musst du nochmal üben. Sagen wir irgendwie, glaube ich. Ja, willst du mal draußen hier, oder? Jansi, Nao Blues. Auch da ist das schön, dass da wieder so viele da sind. Luna natürlich. Alle mal hier. Alle mal hier am FS-Kommen danken. Das ist doch mal cool. Oh, aber Toys, lieber. Yay. Was macht ihr denn da? Blauleit. Sehr gut. Dann musst du dich auch mal hier verfügbar machen, wie das so schön heißt. Für Fotos posieren. Ganz klar. Hat das jetzt hier gezählt oder noch nicht gezählt, ne? So. Bestellt ruhig alles hier, ja. Oh, wir kriegen sogar Geld. Ach, das ist wegen Lea, weil die sinken, ne? Du kannst auch hier eigentlich ins Mikro gehen, natürlich. Du kannst auch hier, ähm, Ständchen bringen hier in den Mikro. Komm. So. Du sollst mal ein bisschen was lernen und nicht nur Videos machen hier. Ach, Blue. Zack, der Richtige. Unser Dieb hier. Sehr gut. Aber die Zoe Glamour haben wir eingeladen, ne? Ja, vom Vintage Glamour. Aber ich mag keine Geister. Sie sind so uncool. Nico, was machst du hier noch? Sagst du allen mal Hallöchen? Ist auch gut für die Beziehung dann, ne? Ah, hi, Luna. Na, wie geht's? Wie ist das Wetter hier in StrangerVille? So, wir gehen mal rein. Ach, hinten das Waterhouse. Vielleicht kann da Julian hinziehen mit seinem Partner oder so. So, das haben wir schon mal geschafft. Oh, ein bisschen komplett Gold jetzt hier auch. Müssen wir aber noch Selfies machen hier. Machst du das mal? Plaudert mit Svea, Lea, Blue, Rose und Luna. Machst du hier mal hier. Du schauen. Super, hier hat meine Frau. Naja, gut. Und? Machst du jetzt für den hier? Ähm, für Fotos postieren. Ja, da kriegst du schon Platz, ihr Jungen schon. Komm. Hm. Ich bin viel hübscher als Weiblet. Bist du ein bisschen Bäuchlein bekommen, du? Ja, das ist ein YouTuber-Bauch. Heutzutage hast du nicht mehr Bierbauch, sondern YouTuber-Bauch. Du streckst ihn aber auch raus, du. Oh, Nico. Ja, wir machen alle Fotos mit dir jetzt. Mir alles so. Jesus. Also, ich mag ja Fledermäuse lieber. Ja, ja. Ah, Mann, hör doch mal auf hier, Lena. Wirklich. Sorry. Jetzt hast du Level 5 jetzt. Stopp. Ruhe. So. Ich muss ja mal allen danken, ja, fürs Kommen hier. Äh, Nico ist heute unser Stargast. Schön, dass die ganze Familie da ist. Alle Fans sind da. So ist das da. Oh, Alice. Ach, dann hallo. Hey, da kommt ja Musik raus. Ja, echt. Bist du jetzt fertig mit hier? Ja, danke schön. Wir müssen mal Selfies machen. Wie können wir das denn wieder machen? Ai, ai, ai. Foto machen mit, oder wie geht das, ne? Foto machen mit. Ich glaube, bei der Musik-Fox hier ist. Foto machen mit. Foto machen mit. Mach mal hier mit das Weha ein Foto. Dann machst du mal. Ist das hier auch Selfie machen, oder ist das nur, wenn man da irgendwie Foto machen mit der, äh, mit der Violet. Immer mit denen. Fotos muss man immer mit denen machen. Äh, die schlechter, als man selber aussieht. Sehen, dann, äh, sieht man selbst im Verhältnis besser aus. Und natürlich, hier kommt mit der Lena auch. Falls andenken. Oh, die hat man machen hier Fotos. Oh. Hallo, Sina. Ach, schön, dass du auch da bist, Sina. Hallo. Was hatten wir für eine schöne Zeit mit dir? Oh, und Blue ist, glaube ich, krank hier. Wenn man da nachher hinzoomen kann, dann sieht man die Pickel. Julian auch da, ne? Wie läuft's bei euren Dates? Hm. Könnt ihr noch abstimmen? Könnt ihr noch abstimmen? Bis, äh, die Jungs hier, äh, wieder weitergehen. Am besten gleich. Damit's nicht zu spät wird. Weil ich nehm die Folgen natürlich schon ein bisschen vorher auf. Nicht erst, ähm, fünf Minuten, bevor es veröffentlicht wird. Wieso muss ich mal da fünf Fotos immer machen? Zählt das jetzt wenigstens? Zählt gar nicht. Ach, was für ein Blödscheiß. Na, toll. Und Rechnungen haben wir auch hier noch. Trinken. Wieso trinkt denn da niemand was? Hier, komm, mach mal, mach mal. Wenigstens schaffen wir dann noch das Trinken hier. Ich müsste zweimal trinken, Lena. Ich müsste für die anderen mit trinken. So, haben wir auch nochmal hier ein Foto. Ach, das ist schön. Braucht irgendwie ein besseres Handy mit einer besseren Kamera. Bessere Kamera. So. Dass wir ein bisschen mehr Weitwinkel hier haben, ne? So, was haben wir da noch? So, Nico, bitte trinken auch. Du machst noch mit der Lena eins. Wo ist die? Ja, die trinkt gerade. Die musst du jetzt trinken lassen, sonst zählt das wieder nicht. Ah, hallo, Bruderherz. Ich geh mal fertig gucken. Hier ist mir zu voll. Gehst du zum Papa Patrick? Ne? Versuchst du das mit Gedanken zu steuern? Geht auch nicht. Nico, was machst du jetzt? Ja, wie können wir jetzt da Selfie machen? Anbieten Selfie oder was? Oh, ja, ja, ja. Fällen umarmen, Autogramm geben. Ich glaube, die müssen auf einen zukommen, ne? Fessel eine Geschichte erzählen. Da ist es da. Guck mal an. Unglaubliche Geschichte erzählen. Können wir auch machen. Und du hast schon zwei Getränke von dem Flitzen an Stiftstiften. Da müssen wir dir auch nochmal eine Geschichte. Jetzt haben wir da. Oh, Toast ausbringen. Jetzt hat er was hier in der Hand. Das wäre es gewesen, Leute. Das wäre es gewesen für die Geburtstagsparty. Reparaturtipps wollen wir aber nicht geben. Gemeinsam Foto machen. Vielleicht geht es damit. Jetzt, jetzt. Wieso zählt denn das Trinken nicht? Kreditsche ist wieder interessanter hier. Küsstchen, Küsstchen hier bei Violet und bei Lena. Und dann kann man sich auch mal guten Namen immer einbringen bei so Events. Das ist Noelle mit Sina, Rosy Sky, Lea, Blue, Luna, Sina für das Bild. Das ist der Patrick. Dann haben wir hinten den Julian, die Lena und die Luna noch mal. Noelle springt hier noch rum und das ist natürlich unser Mikro. Geschichten erzählen. Schaffst du das noch? Komm, eine dritte noch. Wir müssen nur noch eine machen hier. Dramatische Geschichte. Andi, ja, so macht man das hier, Jay. Ist das auch kein Selfie jetzt? Mann, was ist denn das jetzt? So geht denn das nicht? Und Glückschmerz wieder. Oh, Patrick kriegt auch Küsschen hier. Bam. Ich bin letztens mit dem Polizeiauto gefahren an Nicolabadon. In ein Puppenhaus rein. Ja, also mit meinem Spülterpolizeiauto natürlich. Und da waren auch Dinos. Hört mir zu, Julian Mann. Reden wir mal nicht rein hier. Ich bin ja hier, der ist da. Ja, ist mein Meet & Greet. So, fürs Kommen danken. Einmal hier noch. Sehr gut. Können wir noch mal für Fotos büßtieren jetzt, Nico, oder? Probieren wir es noch mal. Meet & Greet abgeschlossen. Yay, super Party hier, oder Leute? Jetzt gehen alle schon. Party vorbei. Komm, willst du nie noch mal ein bisschen, ähm... Komm, die Nacht ist noch lang hier. Es ist 3 Uhr. Yay, komponierst du gerade. Wir brauchen einen neuen Song. Nein. Komm, mach es noch mal, Fotopossieren. Komm, es sind noch mal, die, die noch da sind. Kriegen wir noch ein bisschen Ruhm vielleicht. Wäre mal nicht schlecht. Ah, die DJs auch noch mal. Jetzt kommen die Angestellten drin, ne? Die dürfen ja auch von ihren Posten zurück. Rush you hier. Dann kannst du hier auch mal, wenn die schon ein Foto von dir machen, dann kannst du dir der mal ein Autogramm geben, oder so. Ich glaube, umarmen ist mir so ein bisschen komisch. Ist er auf der Gamescom, da weiß man nie auch, will der andere überhaupt umarmt werden. Hat er spätestens letzten Tag geduscht. Ist er schwitzig durch die Hallen gelaufen. Freundlich vorstellen, ist auch mal gut, ne? Autogramm geben. Hier kriegst du ein Autogramm. Rush, willst du auch noch ein Autogramm, oder auf was wartest du? Willst du auch noch ein Autogramm? Rush, ich kriege auch noch ein Autogramm. Das kann sie verkaufen. Oh, ich krieg auch eins. Ich hab mich nie getraut zu fragen, ja. Sorry, dass ich das immer schlecht gemacht hab, Nico. Kein Problem. Die Rutta hat auch eins bekommen, ne? So, ist das doch toll. Wo ist denn, dass sie jetzt noch mal ihr Fan umarmen? Genau, dreh noch mal um hier. Komm, wir wollen doch hier ein bisschen noch mal sehen. Jetzt haben wir eigentlich schon Geburtstag, ne? Oh, ist ein guter Freundin geworden hier, wow. Oh, Manfred Fresh in der Haus hier. Jetzt bist du da. Du bist zu spät, Mensch. Manfred hier. Sehr kokett. Haben wir da irgendwas hier zum, ähm... Da haben wir was hier. Uh. Darf man das machen hier? Ja. Dechtel, Mechtel. Oh, makelloser Ruf. Nico hat eine absolut positive Ausstrahlung, wenn er an anderen vorbeigeht. Schwappen wahre Wellen der... Lass mich doch mal fertig lesen, ja. Wahre Wellen der Freundlichkeit auf ihn über und er erntet das Lächeln vieler Sims. Ah, da er mit seiner bloßen Anmessenheit anderen den Tag versüßt. Freunde verzeihen soziale Fehltritte schneller und verurteilen ihn nicht mehr so schnell. Außerdem ist Nikos jetzt so glaubwürdig, dass er Wohltätigkeits-Partys, komm wir gehen in den Whirlpool, veranstalten kann. Wow, cool. Lade andere Weltverbesserer ein, um Spaß zu haben und für einen guten Zweck zu sammeln. Kinder halten erst alle auf ihrem Ruf basierenden Vorteile, wenn sie zum Teenager heranwachsen. Ah, wenn die Kinder dann... Wenn die Kinder dann zu Teenagern werden, bekommen die die Ruhm-Punkte. Das ist ja toll. Oh, da ist Niko, geht jetzt in den Whirlpool rein. Ist das der Winter da, oder? Manfred Fresh, wir wollen auch noch was hier auf Wiedersehen. Oh, die gehen da rein. Ja, wir gehen da in Badehose rein, wenn ich echt mal... So, jetzt müssen die beiden auch noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen hier, oder? Danke, dass du mich immer so unterstützt, ja Knutsch-Klutsch. Wow, jetzt geht's hier aber ab, ja, uh. Mädchen, Mädchen. Oh, Niko, ihr habt einen Whirlpool. Gibt es jetzt einen schlechten Ruf wieder? Sollen wir gleich die ganzen Vorteile wieder verloren, ne? Aber das ist halt übel hochgestiegen. Wieso ging das jetzt so weit hoch, Mensch? Hinten das Black & Gold Beauty & Spa. Da haben wir das Bogen-Restaurant. Das Waterhouse. Und hier natürlich die Party-Jacht. Gibt auch Jacht-Restaurant oder die Jacht-WG. Als Wohnhaus gibt's das Ding auch. Cool. Müssen wir gleich mal hier ein Screedy machen. Hier nochmal. Screedy's. Screedy's. Yay. Tschakka-Lanka hier, oder? So muss das doch sein. So, so. So, so. Hallo, Leute. Wir haben ein bisschen halt hier heiß, oder? Ach, guck mal, hier ist ein Ding-Fan-Girl. Ach, die doll. Schön. Ja, jetzt kommen schon die ganzen Banausen hier. Jetzt gehen wir zurück wieder, oder? Wir können noch ein bisschen in die Stadt gehen, Lena. Zieht euch warm an, hier. Was haben wir denn da noch? Sollen wir noch ein bisschen ins Café gehen? Ich muss auch mal ein echt ein schönes neues Café bauen, wirklich. Und so vielleicht so einen Pizzaladen, oder so. Und dann vielleicht noch auch mal ein, ja, Fitnesscenter. So ein richtiges Fitnesscenter. Fun- und Sportcenter ist zwar geil, aber irgendwie brauchen wir nochmal so ein richtiges Fitnesscenter. Habe ich noch nie richtig so ein normales Fitnesscenter gebaut, irgendwie, ne? Ja. Oder wir bleiben noch auf der Jacht. Gibt's da was zum Knabbern? Ich hab bestimmt Hunger hier. Ja, ich seh schon. Gibt's nix zum Knabbern hier, ne? Können wir da was knabbern? Frühstücken, äh, Rührei mit Speck. Mach das mal. Die Küche des Küchenchefs. Und du darfst mal hier posieren. Das ist ja nicht aus dem Ohm, äh, aus dem Ruhm, aus dem Rampenlicht. Erstmal weinst du, dass du alle herkommst? Ich glaub niemand beachtet. Guck mal, da ist das hier, ähm, Chloe Price in Life is Strange. Oh, ich kenn das, Lena. Ja, mach mal alle full. Blue ist auch noch da? Der alte Nachtschwärmer. Oh, da ist Lena. Guck mal. Die Maya Landrud. Nee. Die Gäcke. Ach, Quatsch. Das ist die Lena Sommer. Ja, fotografiert auf die Schulter wieder durch. Aha. Sehr cool. Schauspielkunst unterrichten kann die jetzt auch schon. Fan umarmen. Ey, die ist da wirklich, die steht da. Guck mal neben mir. Gucken alle nochmal, Autogramm oder eine Umarmung, je nachdem, was die wollen hier. Bis Nico da, äh, gegessen hat. Sehr schön. Was haben wir da noch? Ah, Screenshots. Okay. Nico, wie sieht's aus? Wo bist du denn? Chillt er hier noch? Feier den Geburtstag von Nico mit einer wilden Party. Yum, yum. Om, nom hier. Müssen wir eine Wohltätigkeitsveranstaltung machen? Und vielleicht kann man eine Wohltätigkeitsveranstaltung machen und dann trotzdem Kuchen ausblasen. Wie wär's, Nico? Mmm, ja, probieren wir aus, oder? Der überlegt auch noch. Denkst du an den Marvin? Den Ur, 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 äh, äh, Sim. Na, und jetzt ein paar Erbsen essen. Voll model-like hier, ne? Ich esse nur Erbsen. So. Ist auch eigentlich ganz interessant. Immer was die sich vorstellen. Machen den Kühlschrank auf, steht's drin. Ich will auch so einen Kühlschrank. Ja, toll. Ding. So. Dass der noch nicht verreckt ist eigentlich, ne? Ich glaube, da ist ein Dach drüber. Deswegen, das Elektronik zeigt es immer. Ich eche nur viel, viel frisches Gemüse. Blue, unser Flash ist hier schon wieder unterwegs. Nico muss Pipi machen. Wartest du auf ihn? Traust du dich nicht ranzukommen? Komm, kannst du hier mal fragen. Oh, Nico, aber nicht rumbacken wir. Ja, das haben wir schon hinter uns. Ah, ich muss auf Klo jetzt, aber... Ach, der Ruf singt schon wieder, du alter Flucher, du. So gute Manier, das kannst du doch nicht springen. Oh, das war Nico, ich bin noch nie vorbeigelaufen. Das ist schon cool gemacht. Ne? Oh, das ist Lady Gaga, guck mal. Oh, Lena, ich kenn dich. Autogramm geben. Komm, lass mal deine Erbsen da rumstehen, ist egal. Oder nimmst du mit, ist auch okay. Hast du ja eine Hosentasche. Oh, hi. Schön, dass du mich beobachtet hast. Oh, das ist Lena, das ist wirklich Lena. Ja, ich brauche ein Autogramm hier. Oh, für mich. Wieso läufst du weg? Und der ist sogar ohnmächtig geworden. Der kriegt auch eine Umarmung dann noch. Ja, komm, dann lass halt die Trulla, wenn die wegläuft. Menschmädchen. Na, ihr zwei Hübschen. So, du wolltest auch eins haben, oder? Äh, nee, wollte ich gar nicht. Ach, du Nudel. Boah, ich gleich Paparazzi hier. Fan will kein Autogramm. In der Sim-Bild-Zeitung. In der Sim-Welt. Hier hast du ein Autogramm hier. Da kriegst du eins. Oh, danke schön. Wir haben extra gewartet. Das ist doch schön, oder? Oh, Rina, Rina. Oh, nochmal jemand. Jetzt reicht's aber. Florian Schäfer. Oh, ich krieg auch eins. Dankeschön. Ja, natürlich kriegst du eins. Wieso habe ich denn länger da? Oh, das ist der Ethan Poole. Es war eine lange Zeit lang meine Familie, die ich immer auf den Grundstücken hatte, wenn ich gebaut habe. Ich habe da immer so Platz, halt, als du nicht die Lampen und so einstecken kannst. Die waren ganz früher in den ersten Letztbild. Waren die Pools? Jetzt ist er und seine Freundin, oder was? Oder Schwester? Keine Ahnung. Oh, da ist sie, da ist sie. Komm, da kannst du nochmal posieren. Dann kriegst du nochmal ein bisschen. Oh, jetzt wird hier nochmal geknutschelt. Oh. Was ist das jetzt? Ist das die gewesen, die Blue verwandelt hat, irgendwie? Die stirbt uns gleich. Das ist doch, glaube ich, Blue's Rudel da, ne? Blue hat doch fünf Sims hier gebissen. Genau, schnell um, um. Du musst raus, das ist der Sonne jetzt, Mädchen. Oh, das ist noch ein bisschen ganz bleichen Torbald. Nee, das gibt's nicht. Es gibt keine Hautveränderung in Sims 4. Ja, da bringt auch Fitness nichts, du. Hm, hm. Hey, ich bin's Nico. Ich bin dein Kumpel von der Agentur. Wir haben einen Job für dich. Oh, und wie geht das immer so schnell weg? Blöd. So, wir kriegen noch ein bisschen Geld. Sehr gut. Das ist doch ein Abschluss hier. So, Sie wollen uns von Nuffin auch hier. I don't go breaking my dishwasher. Sehr gut. Jetzt wollen wir nochmal Nikos angucken. Prinzessin wollen rote Autos 24. Was sind die Top-Videos hier? Beauty-Tipps von Nico. Ein Dauerbrenner. Dann haben wir hier ein Nagelscher, aber selbst sicher 388. Und alles muss rein. Oh, und Sims 3 426. Ich bin Single in meinem Bruder. Haben wir auch noch Hundetop Heul 417. Auch top. Ja, das ist ja schon mal hier. Das ist schon mal ganz gut hier. Sehr gut. Ich bin noch mehr Inspired. Kommen wir auch noch. Mein Tasten-Hundi. Make-up leuchtet den Hashtag grün. Macht die Augen schwarz. Trennen Delsal Valley. Produktplatzierung. Let's Fail Party Frenzy. Ist auch toll. Ja, tanzen zu Retro-Sims-Musik. Reisevideo. Aber wir müssen mal wieder neue Videos machen. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Das war es aber für heute hier in der Yacht. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Varianten in der Galerie als Download, als Wohnjacht, als Restaurant. Und hier in dieser Variante als Party-Yacht. Könnt ihr euch runterladen, wenn ihr wollt. Gibt es als Download. Könnt ihr hier platzieren. Ja. Das fährt auch nicht weg. Keine Angst. Das ist eh zugemauert. Keine Wassergrundstücke. Ja. Nächstes Mal geht es weiter im Let's Play oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis denn. Macht's gut. Ciao.